Moin Moin! Einmal von mir bzw. uns die kleine Bewertung zu dieser Handyhülle. Meine Freundin wird das ganze hier einmal vorzeigen. Wir schieben das ganze hier einfach mal durch, fädeln das dann durch diese kleine Vorrichtung. Dadurch haben wir dann das kleine Armgelenk Bändchen befestigt. Das funktioniert dann ganz einfach und anschließend kann man das Telefon hier reinlegen. Das wird dadurch nicht beeinträchtigt. Das ganze schließt sauber ab, ein bisschen Transparentheit, Aussparungen bei den Knöpfen und im Endeffekt ein ganz solides Produkt, was für den Preis unserer Meinung nach total angemessen ist.